hallo liebe leute und herzlich willkommen zu einer neuen folge von pixel legends heute ein kleines special ich habe nämlich vor seiner aufnahme begonnen habe halt gesagt dass ich mir hier was schon was gekauft habe und habe direkt leute ich habe direkt was geiles bekommen nämlich hör zu leute 600 münzen ich habe mir halt das gekauft habe mir dafür halt upgrades für lokas gold und habe mir sky noch gekauft und dann vor uns habe ich gerade eine aufnahme gestartet und habe einfach 600 münzen bekommen also 6.000 600.000 münzen habe mir passt auf leute tom und shadow gekauft alter schwede und ich würde gerne mal shadow schon mal ein bisschen upgrade in tom auch die kriegt ein bisschen stärke reingehämmert sky hat schon hat schon drei herzen dann würden wir auch noch mal das hier kurz rein haben dann das noch ein bisschen stärke und ja und noch ein bisschen attack weight rate rückstoß okay leute bevor ich jetzt sagt jo geht los werde ich halt mal was wirklich mal jeden erst mal ausprobieren für euch manchmal lukas und ausprobiert schon vier folgen lang und wir testen jetzt einfach mal sky weil ich habe die lange ich habe die wirklich noch nie gespielt und die hat halt so ein so ein schwert wie hieß das ach ich weiß nicht mal wie das schwert ist was geil vielleicht kann man das jemand mal in die kommentare schreiben wie das schwert heißt das wäre echt nett von euch und ja so so und von mir haben wir gespannt wenn wir dann mit shadow spielen wie weit wir da kommen aber müssen wir wirklich schon richtig schön weit sein hier nimmt ich habe keine lust mehr auf euch warum warum töte ich nicht eigentlich einfach dieses hallo hallo hä nein hä wieso hä okay dumm sehr dumm okay nein 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 okay sind wir mit sky jetzt probieren wir mal tom aus tom ist ja ein wikinger und hat eine streitachse da oder da ooooh ooooh mal gucken wie viele schaden die macht ja macht schon härter halt kein one hit oder so aber ist schon halt krass ich bin wirklich gespannt wie wie es mit dinks ist vor allem ich kann mich hä gab es nicht mal einen bogen in dem spiel Ja, vor allem das fällt mir jetzt gerade in der fünften Folge auf. Geilprobe. Jetzt drückt mir die Nase. Geilprobe, das fällt mir jetzt wirklich sehr zeitig auf, dass hier der Bogen fehlt. Vor allem, ich hoffe, dass ich auch noch beim Mr. Lux Live-Team mit dabei bin. Ja, Leute, weil er ist. Ich nehme das gerade für Donnerstag hier auf. Wir haben halt heute Mittwoch, wo ich das hier aufnehme. Ich nehme das halt für Donnerstag auf, weil ich für Donnerstag keine Videos habe. Und dann noch für Freitag. Und hoffe, dass ich noch den Live-Team schaffe, mit anzugucken. Weil, wenn vielleicht was Neues kommt, dass ich euch das dann so ein bisschen mit sagen kann. Oder Ups. Hier. Nimm euch die Mine. Nimm euch die Mine vor! Nicht mich! Also, mal gucken. Weil wenn ich mich für so ein neues Update oder so, oder halt vielleicht einen neuen Skin, oder oder vielleicht irgendwas anderes Neues. Ich bin tot. Hä? Wegen was bin ich gestorben? Hä? Okay, muss ich dann nochmal gucken. Und jetzt probieren wir mal Shadow aus, Leute. Ich bin wirklich gespannt, wie Shadow ist. Ich mache einfach nochmal hier. Jetzt habe ich wirklich gar nichts mehr, Alter. Keine Geld, keine Münzen. Halt, wir können halt hier sowas werfen, Alter. Oh, das ist schon echt. Wie weit haben wir? Welche Reichweite haben wir eigentlich? Ja, das ist schon, das ist schon, das ist schon eine krasse Reichweite. Vielleicht ist Shadow wirklich auch der einzige Held, der halt wirklich auch wirklich sehr OP ist. Weil er halt auch wirklich, hallo, diese Reichweite hat. Und Alter, guckt euch das mal an, Alter. Wie findet ihr Shadow, wenn ihr schon habt? Viele haben halt schon Shadow, habe ich schon bei euch schon gesehen. So, jetzt habe ich wieder neue Stimme. Ah, Alter, die Skelette, ich mache halt bei den Skeletten einfach so damage, Alter. Das ist so geil. Alter, ich bin jetzt wirklich sprachlos gewesen. Ich weiß nicht mal, wie spät wir es haben, Junge. Hoffentlich komme ich wirklich nicht zu spät. Ich will halt auch wirklich, wenn Updates kommt, euch das auch sagen. Vielleicht wisst ihr es dann auch selber schon. Wenn halt Updates kommen, Alter, was ist los hier, ey? Shadow ist ja wirklich OP, OP, hallo? Nein! Und ja. Ich will auch selber gucken, bin auch gespannt, was vielleicht für ein neues Monster kommt. Vielleicht gibt es ein neues Monster. Wir kennen ja schon das Speedmonster. Vielleicht zoomen wir es auch dann irgendwann wieder mal. Oder wir kriegen es jetzt. Wie wäre es? so. War halt oder so ein Speed Skelett, was halt noch schneller schießt als jetzt. Oh, Lukas, das, Mr. Lux, das wäre halt überhaupt nicht so geil. Ich bin halt wirklich kein Freund von den Skeletten. Und ja. Oh je, meine. Also man kann wirklich so weit wegrennen, wie man will. Und man hat einfach wirklich so eine krasse Reichweite. So eine krasse Reichweite. Und kann halt wirklich hier so richtig schön. Ich habe einen Bug gefunden. Ich habe einen Bug gefunden. Wow, ein Bug. Und da sind wir schon bei Welle 5. Oh, wir machen halt einfach mal hier so zack, 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 zack. So. So. Alter. Verpiss dich. So. Hallo. Yeah. Alter, ich kann hier einfach stehen bleiben. Geil. So. Also man kann nur denken noch, dass Shadow halt auch voll krass ist. Nein. Hilfe. Nein. Nein. Dieses Heiß-Skelett. Warum? Warum sind hier Skelette? Hilfe. Oh mein Gott. Verpiss dich. Verpiss dich. So. Alter, wir machen halt wirklich. Wir rasieren die halt, weil wir halt auch wirklich diese Reichweite von den Dingern haben. Wir haben halt auch wirklich Reichweite. Oh mein Gott. Oh mein Gott. So. So. Die, 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 die. Jetzt sind wir vielleicht noch mal den Speed-Zombie. Das war geil. Das war halt geil. Das war halt wirklich geil. Ja, Leute, wir sehen den Speed-Zombie noch mal. Haben wir eigentlich das Ding vor uns eingesammelt? Oh je. Da ist er. Leute, da ist er. Der Speedy. Oh nein. Äh. Hilfe. Ich bleib einfach hier stehen. Die, 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 die. Oh nein. Nein. Oh, ich habe nur einen Heißkorb. Alter. Oh je. Alter. Leute, was ist hier los? Da, 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 da. Hört hier noch irgendwas rum? Äh. Ja. Zwei Typen, die mir alles kaputt machen könnten. Und. Hallo. Nein. Oh mein Gott. Alter. Dö, 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 dö. Noch ein Speed Zombie. Nein. Oh, blaue Münzen, Leute. Wer ist denn blaue Münzen? Nein. Nein. Okay, liebe Leute. Wenn es euch gefallen hat, das war es halt für heute. Wir haben halt einen Heißkorb von 66,700. Und haben halt wirklich drei krasse neue Helden freigeschaltet. Und. Ich bin wirklich gespannt, Leute. Wie halt. Wie halt krass sie noch werden können. Und. Vielleicht kriegen wir auch bald Leon. Und. Ja. Dann haben wir wirklich alle. Dann würde ich sagen. Bis zum nächsten Mal. Wenn es euch gefallen hat. Dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Oder einen Kommentar. Oder ein Abo. Wenn ihr möchtet. Und dann sehen wir uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.